Lang, mit Turm oder Segel, in einer Reihe oder hoch. Seit Menschengedenken baut der Mensch Häuser und seit kurzem auch CO2-neutrale. Das freut die Umwelt. Denn CO2-neutrale Häuser sind nachhaltig, schonen Ressourcen und sind energieeffizient. Schindler leistet seinen Beitrag, damit Gebäude grüne Gebäudezertifizierungen bekommen. Mit langlebigen und recycelbaren Materialien. Mit bestem Service für lange Lebensdauer. Und mit Aufzügen, die beim Bremsen Energie zurückgewinnen. Schindler bewegt Menschen und die grünen Gebäude der Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020